Moin meine lieben Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Flyer Uwe. Heute wieder ein paar saftige Runden C.O. Deer, C.O. Deer. Neues Game übrigens meine lieben Fron, hier mal kurz das Product Browser von Activision. C.O. Deer, jetzt neu im Handel, Blacks of 7, paar Dinge übersprungen. Dieses Ding werden wir natürlich auch auf YouTube hochladen, sprich ein fettes Highlight Video. Deswegen mal jetzt hier einmal Hashtag Boots in die Kommentare, lehnt euch schön zurück und seid einfach dabei. It's go würde ich sagen. Welcher Action-Star bin ich? Ah, ich hab'n Feind durchgehen lassen, Digga, fuck. Zu sehr abgelenkt gewesen, Digga. Guck mal hier, wie er da steht, Digga. Er ist gefallen. Haben schon welche bei dir gekriegelt? Ne, Digga. Besser ist. Besser ist. Ja, stimmt, aber es war Halloween. Habt ihr was Klingeln gehört auf den, oder was? Weil ich hab' extra die Schüssel hingelegt für Halloween. Stimmt, wir haben Halloween, Digga. Warte mal, ich geh mal kurz. Ne, ich bin jetzt hier in der Lobby, Digga. Müssen wir kurz warten. Ich hab' auch die Klingeln nicht gehört. Ein böser weniger. Nein, aber haben Kids oder ein Kind gerufen? Warte mal, wenn die auf mein Gelände sind, Digga, ich hab' einen Bugs und Kass oder sowas, Digga. So, Leute, hier haben sich Kids mal Mühe gegeben, hier. Pass auf. Stellt euch mal... Was ist denn da oben? Pass auf. Leute, die Priestdorfer Halloween-Kids, guck mal, wie sie da stehen. Hahaha, geil. Guck mal, jetzt hat jeder von mir was aus der Schüssel hier bekommen. Abgeschaffen. So, ihr habt genug, habt ihr seine Verworte oder was? Guck mal, endlich ist da eine Axt hier. Feindlicher Kampfhubschrauber über uns. Du hast dich ja gar nicht verkleidet, ne? Nein. Warum nicht? Ich auch nicht. Du auch nicht. Ja, du auch nicht. Wer hat sich beim Meisten gekriegt? Ich wollte noch ein Foto haben, oder? Ja, ich mach's. Ich bin jetzt noch kurz. Mach's kurz ein Video? Wollte noch irgendwas sagen? Ihr seid gerade live jetzt hier. Letzte Chance. Jetzt haben wir mal eine Frage. Könnte ich ein Auto noch machen? Ähm... Jetzt habe ich gerade keine dabei. Das war ein Fehlschlag. Evakuieren. Neugruppieren. Das ist einmalige Sache. Gibt sich morgen, unüberworben. Hier ist Privatzeit. Das war jetzt eine kleine Aussage. Für euch auch. Danke. Weil Halloween ist, weißt du? Tschau Stream! Tschau! Eigentlich alles vorbereitet und so, aber gar nicht dran gedacht. Also Mina hat mir die da hingestellt, weißt du? Ja Leute! Fall verplant, Digga! Hier. Wir haben noch ein paar Sachen da. Team Deathmatch. Hehehe. Rekon am Boden. So, oder was? Und ne, wir kommen morgen nochmal wieder. Ne, ne, Leute. Das ist alles Ausnahmezuständige. Also das gibt's nicht. Ja Leute. Aber ich habe auch das Klingeln nicht gehört. Ne, gar nichts. Und dann eben, als ich dann hochkam, so... Die sind ja total ausgerastet. Aber muss ja auch mal sein, weißt du? Das sind ja auch... Egal wie alt. Egal. Ob jung oder alt. Sind halt Zuschauer. Und wenn du die denn mal hier rein lässt. Sie sehen ja mal, wie das so funktioniert auf denen. Ja, freuen sie sich auch. Weißt du, was ich mein? Neues Einsteiger hast du dazu. Wer in der Öffentlichkeit steht, sollte zwei Grenzen setzen. Aber genauso sympathisch damit umgehen, wie du. Kaisi. Ja, aber man muss natürlich... Habt ihr auch vielleicht mitbekommen, als er eben sagte... Ja, dann können wir morgen wieder... War ja gesagt, Digga. Nein. Weißt du? Das ist hier privat. Heute ist Halloween kein Problem. Habe ich noch oben eben noch mal gesagt, so... Sag ich, gibt's auch nicht irgendwie mal zwischendurch klingeln. Ob ein Foto oder so. Gibt das nicht. Die werden gleich wieder weg verscheuert. Ist einfach so. Weil hier ist Privat, Digga. Und Privat... Das muss ich halt schützen hier, so. Weißt du? Sonst auf der Straße ist ja immer kein Problem. Da wird irgendwo zum Tier. Basti, das stimmt Digga. Da werde ich wirklich zum Tier. Ja. Das Tiermodus verfügbar. Ah, Digga. Warte, Digga, Bruder. Warte, kommst du raus, geht jetzt ganz kurz hier. Ja, normal. Er hat mir auch gar nichts Bescheid gesagt, die Sau, Alter. Ja, sagt doch nichts. Okay. Oh, Digga. Sag ich den Start, meine lieben Zuschauer? Regie schalte doch mal aufs... Achso, wir sind schon im Bild. Dann ist aber alles weg. Ah, jetzt verstehe ich. Ah. Du musst halt alle Waffen wieder hochleveln. Deine ganzen Abschussserien, alles mit den Leveln, wird dir gesperrt. Oh. Einfach Auge zum Glück. Okay, ich drück, Digga. Hauptsache, die Visitenkarte bekommen, also. Auf Welle machen, weil ich bin jetzt positiv und so. Eins, zwei und... Was? Oh, was? Ne, Digga. Ich kann ja gar nicht spielen, Digga. Ich bin auf Null. Das fühlt sich voll komisch an. Digga, ich krieg keinen Kill hin. So nackig, ja? Ganz merkwürdig, Mann. Ne. Digga. Recall des Todes. Alles, Digga. Was ist das denn, Mann? Was soll ich da jetzt machen? Da geht ja nichts. Oh, endlich mal einen Kill gemacht, Digga. Ne, ich kann das Spiel jetzt nicht mehr, Digga. Prestige, ich kann mir das Spiel plötzlich nicht mehr, Digga. Ist doch nicht normal. Digga, da geht gar nichts. Der Feind hat unsere Taktik einen X-Marker ausgeschoben. Ah. Wir haben die Kontrolle übernommen. Kann ich alles ausverkaufen. Digga, normal. Lauchtasche ist irgendwie nötig. Oh. 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 Pod�� mit Lassen. Ich flush ert. Sie haben den Vorteil verloren. Ah, er hängt wieder im FENSTER! Dieser Huren! Mit Prestige hab ich sogar mein Movement verloren, Digga. Digga, bis Level 5, das ist pure Verzweiflung, im Ernst! Digga, da geht der psychisch kaputt? Da geht der einfach psychisch kaputt, Digga, ich kann nicht mehr. Und wie ist das als Prestige, Digga, du hast Nachteile ohne Ende, ich spürste. Nachteile ohne Ende. How is going, man! Du flaschst von Sunderland, Alter. Ja, ja. Hauptsache Welle mit Prestige stieg ich. Von außen nach innen, ganz tiefsinnig in den Anus, jetzt mit meiner großen pochenden Eichel, Digga. Ich hab nicht losgelassen, das war gut. Ich hab mich meine Eichel sozusagen verhakt, weißt du? Okay, geil, Digga, hab ich ja gar nicht so viel verloren! Hab ich dir doch gesagt! Aber Leute, da, Musik mal ganz kurz aus, bitte! Oh, so weiter geht's, Digga, vielen Dank für die Aufmerksamkeit! Oh, das riecht wieder so schön! Das war so unnötig, ey! Ohhhh! Wenn ich über den Techniker mal reinballern soll. Was war denn das jetzt, Digga? Ach ne Hellstorm! Ja, lege los! Ja, lege los! Das würde mal so ein... Ja, super! Komm mal hin, komm! Komm mal hin! Ja, er wollte dich umkippen! Mann! Du Aschloch! Haha! Ja, so schön, Digga! Ja, ja, like this! Ich fahr so drauf wie seine Mutter, ist alles, ne? So, jetzt Konzentration, Digga, echt, ich schwörst du jetzt mal richtig Konzentration, jetzt nochmal richtig eine Welle schieben, jetzt pass auf! Nicht nachladen, nicht so schnell nachladen, Mann! Schade, Digga, schade! Kamera-Switch, das macht alles die Regie, Leute! Klaus Kinzi ist am Start! Emrich, mach dir keine Sorgen, pass auf, ich zeig dir mal! Richtig! Kamera-Wechsel bei eins, zwei und drei! Macht alles Klaus Kinzi, Digga! Weißt du? Alles Klaus Kinzi ist am Start, mein Name! Wahnsinn, den scheiß Spawn, Digga! Der ist erledigt! Der ist erledigt! Ja, ich hab was vergessen, ey! Ich dachte, der Korra ist überhaupt bereit, oh! Da sind schon einige, pass auf! Okay, let's go, hier! Ablaufen, how's it going? Hat jeder was er braucht? Hat jeder was er braucht, mein Liebensinn? Eventuell, pass auf! Genau, so, auf ganz der 10! Also, gut! Krieg hier noch ein bisschen Health, wie heißt das? Und dann gehts weiter. Immer so auf dezent. Er ballert meinen Hund ab, wegen gleichem Bugs. Aber er noch mal wieder kommt, ich weiß ihn nicht. Ah, da ist er Respekt da. Ist zu sehr offen, ich wäre lieber Fier da hinten. Dann habe ich so eine kleine... Ah, genau, vielleicht kommt der noch mal. Ja, der war zu gierig. Ich brauche mal eine Drohne, mein Liebbutzer. Ein bisschen heilen. Ah, ich muss ihn absaugen, muss ich hier. Und da kommt jetzt was. Ich habe, schade, keine Net oder so. Ich glaube, die waren jetzt hier im Container drin, habe ich es richtig gesehen? Ja, habe ich nicht gesehen. Okay, Digga. Hm, okay, die sind jetzt hier hinter. Hellstorm wartet auf Einsatz. Hellstorm machen wir gleich. Ah, okay, vielleicht kommt der gleich hier. Pass auf, ein, zwei, drei, da ist auch noch einer. Ja, okay. Das ist auch gleich einer. Mhm, okay. Kampfhede, den schalten wir auf jeden Fall mal ein kurz. So, ob er uns haltens sieht und merkt. Wir müssen ein bisschen nach ran und dann geht das. Ja, okay. Ah, schade, Leute, schade. Und dann packen wir noch eine Hellstorm aus, ja, Digga. Und dann ist das Ding aber hier so gerett, oder? Ja, genau. Jetzt kommt man hier kurz rein, oder? Genau, brauchst du gar nicht in Deckung gehen wegen Helikopter und so. Ich kenne das, egal. Ist eine schwierige Zeitverein, ich weiß. Aber, was willst du da jetzt machen, Digga, weißt du? Hier muss jetzt was rein. Komm, prüster. Ja, okay. Ah, da ist noch eine Auer. Ah, hau. Hellstorm und let's go. Wo wollen wir hin? Bei euch sieht das so leicht aus. Ah, Mann, Digga. Gib mir sie doch, Digga. Ey, das ist gemein. Das ist richtig gemein. Ah, wir sind auf Platz 1, Leute. Schade. Äh. Ah.